Rasanen, und ich habe gerade gehört, aus den Sieben, nicht im Ziel, war zu den Sieben, aus den Sieben, Jonas Rasanen, und weiter geht es mit der Start-Nummer 18, und die trägt der Japaner, Tipe Aiko Narisa, jetzt auf der Schrecke, und auch er wird die Teil von Manuel Feller angreifen, wird in die Band, und wo bleibt die Uhr stehen bei der Zwischenzeit, 2 Sekunden auf 55 Sekunden, die Rückstand, also der hatte wahrscheinlich gegen Steiland, seine Probleme, ansonsten kann ich mir diesen großen Rüstern nicht erklären, Tipe Aiko Narisa, aus Japan, jetzt.